Wasch in 1550? Jetzt haben wir 0. Ich kaufe noch eine, juckt mich nicht so von deinem Geld. Das juckt dich gar nicht, ne? Was geht ab, Leute? Eyo, Freunde, Cedric ist wieder weg. Endet gern mit einem neuen Video auf dem Kanal, Freunde. Erst einmal, look at this beautiful sunset, den wir draußen haben. Was wächst da an deinem Gesicht, Bro? Wie seht's? Jetzt gibt's Clarasil Waschgel extra sensitive. Antibakteriell und pH-neutral. Wäscht die Pickel weg, lässt die Haut in Ruhe. Halt den Mann. Mein kleines Bruder hat einen Fortnite-Prank. Ihr seht schon, da oben, Fortnite ist geöffnet. Vor allem, ihr müsst wissen, ich spiele immer auf dem PC. Er spielt immer auf der PS4. Die PS4 und der PC stehen bei mir im Zimmer. Das heißt, er muss hochkommen, um zu zocken. Ha, ich hab ihn an den Eiern so ein bisschen. Und deswegen, wenn ihr bestimmt wieder richtig zocken wollt, dann werde ich ihm sagen, ich versuchte mal auf dem PC zu zocken. Ich werde ihn pranken, dass er eine V-Bucks wechseln wird. Gerade er ist 35€ und dieses Scheißspiel investiert, Leute. 35€ und ich werde ihn verarschen, so als wären die V-Bucks weg. Ihr seht, hier auf dem PC werden 0 angezeigt, weil die sind nur auf der PS4 zu sehen, weil er sie auch dort eingelöst hat. Deswegen werden dann 0 stehen und er wird bestimmt sich zu denken, Bro, wo sind meine 15€? Ich werde dann natürlich auch dumm tun, Leute, wie man ihn kennt. Und hoffentlich werde ich dabei nicht auffallen. Also Leute, wir sehen uns gleich und stay fresh. So Leute, weil ich es irgendwie nicht geschissen kriege, diesen Jungen hier hochzubekommen. Danke, Bro, dass du so kooperativ bist, nicht? Auf jeden Fall werde ich ihm jetzt schreiben, diesem Garino Falino und werde ihm sagen, Junge, komm jetzt mal hoch. Du darfst zocken. Ich schreib ihm. Bro will zocken. Er ist sogar online. Wenn er jetzt nicht antwortet, dann weiß ich auch nicht, Alter. Dann, boah, kann ich mich verkaufen gehen. Warum fragst du? Komm einfach. Äh, Level. Level? Level bisschen. Er schreibt noch so, du fragst mich nie. Egal, ich schreib Level bisschen. Komm jetzt. Egal, der Arme. Wenn er sehen wird, dass er null Wiebocks hat. Er weiß ja nichts davon, dass du es so bist. Okay, komm, Leute. Let's go. Yeah! Was? Was bringt gar nichts, wenn ich jetzt spiele? Weil wir haben keine 400 CPUs. Ich mein' ja am Wochenende, wir wollen spielen. Wir wollen nicht rum. Schwier' jetzt einfach. Äh, du bist am PC angemeldet. Komm, du sagst immer, du bist so gut auf PC, äh, generell nicht Fortnite, ne? Und sagst, ich bin schlecht auf PC. Dann spiel' einmal auf PC. Du musst nur schaffen. Nein, ich will nicht. Das ist richtig scheiße. Spiel. Hast du gefurzt? Hast du halt gefurzt? Äh, spiel, spiel' mit, äh, mit Maus und so. Ich weiß ja gar nicht, Steuerung. Oh, da. Aufstarten, du Idiot. Aufstarten! Ja, aufstarten. Start ist mal schnell. Ja, aber ich will bitte durchspielen, das kann man auch. Nein, nein. Ich hab ein Wacht-Jug-Jug gesehen. Ich schließ' ihn einfach an. Brauchst die Kabel. Ja, du schließ' ihn nicht an. Spiel' einmal auf PC. Einmal auf PC. Ja, wusste mal, ich bin schlecht auf PC. Ich will direkt sterben, Cedric. Das weiß ich ganz genau. Ich will heiße morgen. Spiel' einfach mal. Und dann werden wir ja sehen. Morgens diesen Nächsten anfangen, ja? Das wird mich nicht. Vor allem, es gibt auch ein geiles Kind. Man, diese Kopfhörer müssen... Man, die Zipp stellen. Ist richtig scheiße. Wie viel Wax haben wir noch? 1.500... Das ist richtig Kacke-Wahn. Junge, was Kacke-Wahn? Die Kopfhörer hängen. Ich hab' nicht gefunden. Alter, wie schnell geht das? Ja, jetzt geht's schnell. Das ist geil. Das ist der Wahnsinn. Komm, lass knacken. Was? Muss ich besteuern? Erst einmal guck. Was steuer ich? Mann, guck doch... Jetzt geht das Kacke. Die Fiege sind viel zu groß. Kannst ja gleich. Ich mach irgendwas anderes. Warte. Ja, der Skin ist blabber. Die, guck mal, meine Kombo jetzt. Guck mal. Boah, sexy. Sag mal, bist du schwule, wer weiß? Was? Das hab ich letztes geholt. Und dann hab ich noch Ace Boys. 2.000, warum? 2.500, wie viel Geld? 25 Euro. Nein, 30, 30. 30 Euro. Hier ist das. 10 Euro, Paysap und 20. Ja, das ist so dumm. Ach, nochmal. Warum nicht das eigentlich noch? Ich mach' eine Rolle. Na, ich spiel' dieses Spiel, diese... Sollen wir hautnah spielen, kann gut leveln, weil... Aber wie viel Geld ist? Das haben wir jetzt eigentlich. Aber wie viel Geld ist? Ja, aber... Was? Hast du dir jetzt gekauft? Das erfasch ich mich nicht. Ich bin extra nach Rewe gegangen, ne? 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 Wir haben so'n großen gefragt, dass sie uns für 20 Euro eine Pays Endcard kommen, weil die 18 ist. Ich weiß doch, meine, du willst die? Ja, wenn ich erst mal scheiße. Du bist im Maul. Wir haben 0, wie was ist es mit dir, Alter? Hast du den gekauft? Nein, die hat mich schon verhörtert. Kennst du das, wenn du so richtig gerade scheiße und so richtig erwürzt hast? Du hast dein Maul. Du hast dein Maul. Du hast dein Maul. Ich hab' das Geld nicht investiert. Ich hab' das Geld nicht investiert. Ich hab' das Geld nicht investiert. Das ist schon 155, jetzt haben wir 0. Ich kaufe noch ein Jüglich und die sind dein Geld. Wir müssen im Bett passen. Ich hab' heute diesen Teaser gesehen. Nö. Ich hab' auch heute einen Teaser gesehen. So ein richtig geiler Wolf war das. Das ist ja auch auf Paulnach. Das ist ja witzig. Junge, ich hab' dafür 30. Hey, du hast ja auch nichts gekauft. Hast du es gestern gemacht? Nein, gestern geht nicht. Gestern war ich noch on. Gestern war ich noch on. Das ging nicht. Ich hab' extra noch geguckt. Ja, du weißt ja nichts davon. Ich hab' gar nichts getan. So ein Wichser. Hieß aber nichts. Das war kein epischer Skin. Doch. Doch. Du bin nicht das in 0. Kannst du nicht zählen? Wichser. Du lädst das auf, ne? Ich lade das nicht auf. Jungen. Du fahr' gar nichts auf. Nö. Ich sag' das Papa, ne? Dass du von meinem Geld irgendwie... Nein, ich sag' das Papa. Dass du einen Zocken hast. Dass du einen Zocken hast. Ich krieg' einen Monitor. Ich hab' so ein großes Herz. Und du schuldigst mich, dass ich die ausgegeben hab. Nee, du kaufst die. Na, halt's mal. Du kaufst die. Na, wir werden eh sehen. Am Ende wirst du vom Papa angeschrien. Halt's Maul. Am Ende wirst du vom Papa angeschrien. Musst du mir das Geld geben und dann kaufe ich mir was. Und dann hast du nur verkackt. Kannst du auch rausgeben, wenn du willst. Nö, ich geh' raus. Was hast du dir eigentlich ausgegeben, Mann? Für gar nichts. Ich war's nicht. Ich war's einfach nicht. Ich hab' mal ne Frage gestellt. Also, du denkst ja, die werden jetzt weg, ne? Die sind weg. Ich hab' auch schon mal dran gedacht. Und was hast du dir denn gekauft? Denk mal, was hast du dir gekauft, die V-Box? Über was? PCN und PCF. Ja, also, aber auf was? PC oder PC4? PC4. PC4. Ah, ich hab' diese ecklinge PC für diesen Pillow. Ja, das geht's. Mal rech' mal 1 oder 1. Was ergibt das, ne? Wenn du PC, wenn du eine PC gekauft hast, wo sind die V-Box denn jetzt wo? Ja. Auf unserem Count. Ja. Na, nein. Sie ist ja. Null, ne? Ja. Ja. Hör auf dich auch rauszureden. Ja, lass klar. Wir gehen auf PC4. Na, 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 warte mal. Ablehn, ablehn, ablehn. Nö. Ablehn. Na, knacken. Denk mal nach. Schon mal hast du davon gehört, dass die V-Box, die du auf der PC4 kommst und nur auf der PC4 sind, du Lappen? Ich hab' dich geprankt! Prank! 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 Ja. Ja. Guck mal, die Kamera. Leute, die Kamera steht da immer... Boah, witziger Prank! Ja. Ja. Alle liken. Ich will jetzt meinen Account. Äh, ja, also die V-Box hast du noch mal lieber. Hättest du fast gewohnt. Nö. Der ist schon so traurig. Nö. Ich hätt immer ein Geld zurück vom Papa, wenn du Ärger bekommen hättest, dann juckt ich mich. Ja, immer an den Vater ansprechen. Also Leute, hätt immer noch mal ganz gute Namen. Wenn euch das Video gefallen hat, was noch die Leute machen, gebt einen Daumen nach oben, Leute, teilt das Video bei WhatsApp und folgt mir auf Snapchat und Instagram heißt und erzähl dir auf den kompletten Kanal. Ja. Und wir sehen uns beim nächsten Video, Freunde. Stay fresh on. Peace. Outro Outro